Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tagesgeheimnis am 31. März 2018 Heute ist Vollmond und auch noch ein Schicksalstag. Und was bedeutet das? Wir haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume. Und es gibt Tage, wo es ganz nah ist und wir glauben daran. Dann gibt es auch Tage, wo uns hoffnungslos erscheint. Und dann gibt es wieder Schicksalstage, wo entscheidend sind, weil in diesen Tagen neigen wir dazu, daran zu zweifeln. Und in dem Moment, wenn wir zweifeln, werft uns das zurück. In dem Moment geben wir auf. Manchmal kommt es gar nicht von uns selbst, sondern wir lassen uns von anderen beeinflussen. Und das ist dieser heutige Schicksalstag. Also wir sollen unseren Zweifel überwinden. Dann auch die Vollmond. In einem Vollmond brauchen wir Klarheit, Orientierung. Und welchen Themen handelt sich heute? Das ist Liebe, Partnerschaft. Und das wirkt heute für die Damen ganz anders als für die Herren. Die Damen haben dieses Bedürfnis nach Klarheit und nach klaren Entscheidungen. Und sie haben auch diese Kraft zum Sagen entweder oder. Es gibt keine Zwischenlösung. Das sind die Bedürfnisse, die Damen im bezüglich Liebe, Partnerschaft. Und wie reagieren die Herren? Die Herren haben hier eine Lernaufgabe. Lernaufgabe, gefühlsvoll zu sein. Oder auf ihren eigenen Gefühlen zum Hören und das auch vermitteln. Und hier sind Tagen. Und die Herren sollen Entscheidung treffen. Und das ist für viele Männer eine Herausforderung. Aber gleichzeitig ist eine Lernaufgabe. Dann ist auch wichtig zur Zeit die Karma, karmischen Themen. Natürlich auch karmischen Beziehungen. Und die Männer lernen zur Zeit, und das zeigt die heutigen Vollmond, zu ihren Gefühlen stehen und es zu den Damen vermitteln. Weil die Damen haben dieses Bedürfnis nach Wahrheit. Und das ist die Energie diesem heutigen Vollmond. Ausführlich erzähle ich davon in meinem heutigen Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.